hallo meine liebe leute ich bin es lightning heute spielen wir nicht oder so etwas sondern mache ich ein kleines paintjob über eine waffe die über eine nahe kampfwaffe die ich gestern oder vorgestern bekommen habe und zwar der schlagring brest knuckles ja meine freunde sagten der ist sehr geil diese lackierung paintjob da sagte ich doch einfach warum mache ich keine videos über das es ist dieses hier es gab keine videos gibt über das da habe ich mich einfach entschieden für das die ist aber auch sehr einfach meine freunde sagen es ist sehr schwer aber für mich ist es einfach diese frau ist gut ja so dann kopiert man das macht dann schwarze und so erken wie ja so ich weiß ich soll ich ein bisschen klein machen ja warum denn nicht mehr klein der ist auch ein schnelles das geht sehr schnell so so das muss ja auch ein bisschen perfekt sein so jetzt ist es nicht so gut aber Warum denn nicht so? Ja, warum denn das hier? Kopiert man da, ist dann wieder Schubertz. Das ist aber... Dann hier, ich denke, ich habe den hier genommen, oder so, warte, ich sehe mal kurz hier, ja. Und zwar den hier. Ich muss den dünn machen und auch klein. So, irgendwie sollte es ja gehen. Warte, ein bisschen mehr klein. Das muss auch parallel sein. Ah, warte, das... Nein, wir stehen hier. Ja, irgendwie so will ich das machen, aber... Ah, so. Irgendwie schon, warte, manchmal noch ein bisschen mehr dünn. Ja, so ist es perfekt. Dann... Ja, dann nimmt man den hier. Ich denke, das ist den hier. Aber... Hier so. Das soll... Irgendwie so sein. Ich kann das wieder kopieren und dann so machen. Ja, so. Ich denke, es ist diese Farbe hier, da. Ja... 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 Warte. Dann der blaue. Und das ist hier. Ein blau, blau, blau. Äh... So. So. Ja... So irgendwie... Ja, und dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Die andere Seite, wie ihr es macht, ist dasselbe wie... Ja, wir die erste Seite gemacht haben. Und dann... Da ist ja nur alles dann schwarz, aber... Ihr macht danach, was ihr wollt. Ich mache da... Aber es weiß... Ja, so weiß mache ich dann. Ja, und das war's, Leute. Seht ihr? Ja... Ja, hier hab ich ja... Ja, das ist ja... Ja, das ist ja viel besser, denke ich mal. Ja... Ja, das ist... Viel, viel besser. Ja, ihr müsst hier nur einfach ein bisschen mehr groß machen. weil hier habe ich ja gut ein bisschen groß und hier viel mehr klein weil ich dachte ja das würde nicht gut gehen aber die ist natürlich viel besser man macht es ja immer besser zum ersten mal und ja leute das war's denn für heute ein paintjob für brass knuckles tschüss ja